Servus Leute und willkommen bei meiner Aufnahme. Wir sind wieder mit Sandwichpanelen unterwegs und wollen nach geht es da aufbrechen. Wir sind kurz vor dem Mahlmüll. Können wir dann abladen. Dann machen wir einen Doppelhänger ran. Schauen wir mal ob wir da 1-2 Touren fahren können. Hier rüber. Im Grunde haben wir jetzt 37.654. Das müsste theoretisch für einen Anhänger reichen. Das ist aber ein Kühlkoffer. Da muss ich mal gucken wie da so die Preise sind. Das können wir gleich machen solange hier die Ampel rot ist. Aufliegerhändler. Oh 133.000. Da fährt ich glaube noch 100.000. Aber. Kleine Komplett. Bringen wir auch. Genug Fahrer. Genug auf liebe Social Unterricht. Haben wir Glück haben es selber vielleicht einfach mal. In derjenige Variante. Diesel in Euro. Kann man eigentlich nicht merken, wenn man gerade die Dieselbreite in Deutschland sieht. Und Frankreich. Wer zahlt für den Uber Diesel bitte, 1,60 €, 1,70 €. Ist doch nicht mehr normal. Hat man eine Spedition oder sonst was sich aufbaut. Man wird jetzt quasi mit Spritpreisen zu Neigenden. Entschuldigung. Ja, hier muss ich nicht. Oh, oh, oh. Ja, schwedische. Ja, schwedische. Die sind auch fast bei der Eifeld. Ich glaube, ich bin nicht mehr an der Eifeld. 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 89, 90, 89, ich fahre mal schon nach Malmö, ich weiß gar nicht, wo ist denn, wo das komische IK, IK, Adolfisch, wo es da im Spiel gibt, es wird auch irgendwo in Schweden sein. Einmal über die Brücke drüber. Spiegel aus dem Rechnern, Politi ist auch unterwegs. Diese Straßen sind so wunderbar. 100 Kilometer noch bis Malmö. Das Ziel ist schon in Sicht. Reinkommen, 1 Terusen, 278. So, da ist es toll. Und hier mit der Sandwichpaneele ankommt. Ob wir Abzüge haben oder nicht. Schaden, 1% im Aufliegen. Das ist natürlich. So, wir brauchen auch die Strecke. Mit Reifenabwitzung. So, wenn dann die Ladung nichts hat, wird es hoffentlich egal sein. Aber, schauen wir mal. Wir brauchen ein paar Wäuse. Das ist einfach weg. Wird es nicht. Desklar. Einmal wieder. Aber, ich nachher. Ich versuche nicht. Wir brauchen noch ein paar Wäuse. Da können wir noch ordentlich Stück fahren. Die Hupen. die schöne Frontblitze und Dach und Unglöchte machen. Da haben wir jetzt vom Grunderfahnen die Kamera ansehen. Nummer eins. Schöne Sonne. Auch eine ordentliche Länge. Da muss ich sagen. Da muss die kleine Ziegen spritzen. Da muss ich spritzen. Da muss ich spritzen. Das ist schon mal 40 Kilometer. Wenn ich es richtig erkennen. Die kleine Ziegen ist nicht größer. Oh, ein paar bis 17.640. Sehr schön. Und im Level aufgestellten. Spritverbrauch von 73,5 auf 69,5 reduziert. Jetzt kommt eine Mautstation. Das Video Maut. Nein, leider nicht. Das Video Maut. Das ist ja auch noch. Das Video Maut. Ich habe noch ein paar Punkte. Ich habe noch ein paar Punkte. Ich habe noch 120 Euro. Fällig. Ach, zwar muss ich alle. Das, was ich nach Malm bin ja noch. Einmal in der der Westbahn unterwegs. A2.0 könnte keinen Aufdruck. Und ich habe nichts gefahren. Den Loader. So, dritts jetzt. Ich probiere es langsam. So, hier. Es kommt da noch, oder? Das ist jetzt hier. Egal. Wir nehmen so Abbiegefolgen. Wir nehmen doch noch driften. Und A2.0 auf. A2.0. 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 Da müssen wir aber nicht hin. Malm, äh. Weiter, weiter, weiter. Immer geradeaus. Da brüßen sie. Muss noch einmal. Malm, äh. Malm, äh. Malm, äh. Malm, äh. Malm, äh. Ich weiß aber nicht, wo... Oh, jetzt steht 34. Dann die zweite Elf. Tut einfach. So, die Ousse dürfen wir hinter. So. 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 Zeig was du fennst. Na klar. Wirklich die Aufregung. Na klar. Wirklich die Aufregung. Na klar. Ach, wir können hier wieder rein. Oh, 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 die Schläuche. Die Schläuche. Das bringen wir schon rein. Ich bringe mich schon rein. Na, muss ich rein schlagen. Noch mal so. Ja, da muss ich rein schlagen. Ja, okay. unsere geile Frontblitze an, nochmal ein kleines Stückchen, wo stehen wir schon mal gerade, so, zurück, zurück, stehen, Handbremse an, die Sonne ist zu zeigen, wach das ist nicht der Ladebereit, also, T, aufsaddel, so, die Fahnenstrecke, zt du, versch passed in, so, leckon, so, 43.000 Dauernd kann er mal machen Richtung Norwegen Als Navi Zieleinsteller Als Navi So Fortfahren So Fangen wir mal die nächsten Ladungen an Die glauben wir sind schon da Guck da steht ein Goldaufliebe Frachtmarkt Zwiebeln Jawohl Truppenfracht 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 Apropos Apropos Da Was Das ist ja auch hier oben. Das ist das hier. Aufdruck, einhebener, und das ist auch hier oben. Das ist ein Tandemengel. Ich denke, er fährt nun mal Richtung nach oben. So, und mit dieser Frage geht es letztes Mal weiter in der nächsten Folge. Dann gehörst du schauen. Ciao.